Hallihallo, hallo schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Ich bin der Onkel und wir sind natürlich immer noch am Kirschbaum, Blütenblätter, Pflanzen, Gedöns, Getanthun. Und ja, ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob es jetzt schon so einigermaßen geht. Naja, ich muss auf jeden Fall hier, hier hinten muss ich noch was machen. Ich glaube, das funktioniert jetzt schon so, das kann man schon so lassen. Wenn ich das jetzt, ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn ich das jetzt von ihrer Seite, ja doch, von ihrer Seite aus anschaue. Was baut sie denn da? Naja, das bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Das war ja in Serbisch. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf Feld hinten die Seite ist klar, ne? Das muss so sein. Ja. Es kommt natürlich noch was hin, um das das ein bisschen, ne? Was war das denn? Habt ihr das jetzt gerade auch gesehen? Oh. So. Es wäre vielleicht sogar besser, wenn ich hinten rum rangehe, ne? Wenn ich von hier aus... Ja. Das, äh... Leben war schön, meine lieben Freunde. Es war wunderschön. Wunderschön. Mein Gott. Da ist er ja. Da ist er ja, das Ende. Der Ende. Hallo. So. Wir sind oben angekommen. Ja, nehmt noch die Schaufel. Nein, hab ich gerade keine Lust. Alter. Setz dich doch jetzt da hin. So. 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 Oh. Die Frage ist... Ist es so in Ordnung? I don't know. 2, 3... 2, 3... Was war das denn? Brauche ich jetzt 2, 3 gezählt? Hier war nämlich was dran noch. Dann war hier frei. Und dann hier so da. So. Genau, so war das vorher. So war es auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ich hab mitgezählt. Glaube ich. So. Hat sich die künstliche Bebauung dann gelohnt? Oh, das ist... Mir gefällt da hinten dieser... Dieser Auslauf nicht. Der geht mir zu gerade runter. Da müsste normalerweise jetzt hier nochmal... So ein bisschen... Ihr wisst schon. Naja. Passt so. Passt so. Reicht. Zäh, das hat es spitzer. Und gut ist... Mehr will ich jetzt auch gar nicht erstmal... Oben kommt ja noch was hin. Das machen wir gleich mal. Und ich überlege schon, wie ich das machen kann. Dass ich vielleicht sogar... Da oben... Warte mal. Momentchen. Zack. Hammer hab ich einstecken. Ja. So. Schauen wir mal, was wir da oben machen können. Ist nicht jedermanns Geschmack. Ist mir klar. Aber... Cetus hat es gefallen. So habe ich es ungefähr... Ich kann ja... Ich kann ja mal... Äh... Vielleicht mal so eine kleine Spezialfolge machen. Irgendwann von meinem... Ähm... Was ist das denn hier? Warum ist denn das jetzt? Ach, ich hab da drüben aus Versehen was angebaut. Wah? Geh weg. Du auch. Geh weg. Hier kann ich auch noch eins rennenbauen. Wenn wir hier schon weiter nach außen gegangen sind, mache ich das hier auch. Nach vorne wollte ich halt mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf jetzt schon. Boah. Eins, zwei. Gut, das mache ich auch. Drei, vier, fünf. Nein. Ach. Ernsthaft. Ernsthaft. Meint ihr das jetzt ernst? Und dann immer noch hoffen, dass... Immer noch hoffen, dass dann... Nur ein kleiner Baum wächst. Ach komm. Die Hoffnung gebe ich immer nicht auf. Die stirbt nämlich zuletzt. Ach, zum Glück. Hat es jetzt endlich mal die kaputten aus dem Tag gehauen? I don't know. Ich weiß es nicht. Mal nochmal gucken. Da ist noch eine kaputte. Die werde ich als nächstes benutzen. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie da das Problem, dass... Jetzt sieht das hier scheiße aus. Oh manno. Ach Leute. Hier so. Da so. Ach, diese Kackstifte immer. So, der hat ja sogar funktioniert, was ich hier gemacht habe. Was ich hier gebaut habe. Oh, ich bin hier wieder viel zu weit oben. Jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich... Oh, nur 49 Stück. Das war ja ein kleiner Baum. Und zwei. Hier mal so. Ich kann ich jetzt gleich mal so ein bisschen... Södle. Bitte lass es jetzt besser ausschauen. Ja, und da geht es nach unten. Subidubi. Ich will eigentlich gar nicht so lange daran rumbauen hier. Das gibt es doch gar nicht. Ja, okay. So kann man das schon langsam lassen. Habe ich überhaupt? Nein, habe ich nicht. Fackeln. 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 Ich muss unbedingt... Oben... Ein bisschen ausleuchten. Ich glaube auch hier braucht das Zimmerchen auch eine Leuchte. Unbedingt. Ich mache das jetzt mal einfach so, weil... Ne? Da lasse ich mir noch was anderes einfallen. Aber wenigstens, dass es hier oben mal ausgeleuchtet ist. Weil ich bin doch vorn ziemlich erschrocken, womit das Viehzeug hier auf der Treppe entgegen kam. Ja, und ich habe es nicht aufgenommen. Gott sei Dank. Hatte ich nicht hier noch was vorgehabt? Wenn ich den jetzt nehme ich hier so... Merken. Merken, Leute, merken. Ich lasse mal... Warum gehe ich jetzt nach unten? Alter Schwede. Bin ich durch? Leck mich nicht weg. Was wollte ich jetzt unten? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Jetzt brauche ich... Was habe ich denn mit denen wieder vorgehabt? Boah, ist das... Achso, alles klar. Jetzt weiß ich es wieder. Und ich brauche die auch noch Blätter oben. Oh, hoffentlich reichen die jetzt. Ei, 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 ei. Hoffentlich reichen die jetzt. Boah. Ich froh, wenn das weg ist, Jan. Ich habe es geahnt. Ja, warum sind denn hier... Das ist doch auch... Mann. Das sind doch auch vier unter drei. Ich komme schon irgendwann dahinter. So, ja, ich warte langsam mal... Die Bienen sucht. Ach, ich habe aber gar keine Bienen. Die sind wichtig zu einer Bienen sucht, würde ich sagen. Hoi. Wachse und gedeihe. Wachse. Wieder so ein kleiner. Das ist... Moment, da benutzen wir gleich mal noch das. Irgendwie haut es mir die kaputten Sachen nicht aus dem Inventar. Das ist irgendwie beschissen. Ich will nicht noch mehr Setzlinge, Leute. So. Bling, blöng. Ich brauche sowieso noch mehr. Also, ich kann eigentlich noch. Nein. Doch. Geht schon. Ich dachte schon, das ist wieder ein Riesenbaum. Aber das geht eigentlich. Boah, habe ich dann viel... Aber ich kann viel Holz da. Das ist ja geil. So, ja. Da haben wir ja noch einiges vor, ja. Die Bienen und... Und, 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 und... Und die Brücke vorne und... Und, und, und... Das muss ich da oben zu Ende bringen. Das würde das mal noch ein bisschen dauern. Und, und, und... Hallo, Pferd. Und vielleicht begeben wir uns ja auch mal auf Reisen. Das wäre ja auch mal was, ne. Dieser wonderful world. So, hoch. Schon vorbei. Mit hoch. So, und dann reißen wir mal den Riesenbaum ab. Ich brauche euch, ihr kleinen Platter. Denn dann wird alles viel netter. So. Jetzt runder. Und aufpassen, dass mir... Nicht wieder ein Baum im Garten wächst. Alles schön einsammeln. Weil hier sollen andere Sachen dann... Andere Sachen dann später hin. Boah, da war ein Setzling. Habt ihr das gesehen? In dem Blatt drin war ein Setzling. Das ist ja gemein. Hat man dann sofort wieder... Äh... Kirschbaum. Kirschbaum im Garten. Das ist nicht so schön. So, und wieder nach oben. Hey, yo, reißer, sah. Das ist so wunderbar. Was ist denn heute los? Warum reime ich denn heute so viel? Und ich glaube, ich glaube ganz fest dran, dass wir auch noch mal in den Nether müssen. In den Nether. So, okay, wir machen mal jetzt hier. Soll ich hier noch eins raus machen? Oder siehst du da wieder so scheiße? Aber warte mal, warum denn hier? Quatsch. Warte mal, hä? Äh... Äh... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Ja, dann machen wir hier noch eins raus. Ist mir jetzt egal. Ja, dann sieht man das halt von unten. Das habe ich dann aber auch keinen Bock jetzt erstmal auszupressern. Das kann man dann in der nächsten Session oder so machen. Ich will das jetzt hier oben erstmal fertig kriegen. Jetzt habe ich hier vorne raus auch noch nicht fertig. Nein! Ach, warum mache ich denn das nicht mit einer Schere? So. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Ist das jetzt ernsthaft? 1, 2, 3, 4, 5... Egal. So. Ich würde sagen, hier stelle ich trotzdem noch einen drauf. Einfach nur so. Sieht man von unten sowieso nicht. Klick. Und hier würde ich jetzt dann gerne... Ich würde das ab hier machen. Ab hier? Lieber ab hier. Mein Gott, mach es doch mit der Schere. Oh. Wie hoch muss ich denn dann? Ich brauche immer 2 hoch für meinen Kopf. Ich muss das hier auch weg. So ist das nun mal. Aber soll ich das jetzt hier wirklich mit Dings machen? Ich hätte mir überlegt, ich mache es das Stüfelchen runter. Aber vielleicht ist es einfach besser, wenn ich lieber Treppchen runter mache. Weil man keine Stüfelchen, sondern Treppchen. Das sind die selten, die alle in Pink und dann ist alles toll. So. Warum habe ich hier oben keine Werkbanken? wie war das ja so nicht ich mache ein paar mehr weil ich kenne mich ich brauche die dann später sowieso wieder bin halt echt am überlegen ob ich denn nicht jetzt ist mein handy wieder aus das bedeutet wahrscheinlich dass der port bei drum ist ja super beim leitern klettern kann man doch ich mal gucken aufs handy ja das liebe pärchen pärchen leiterschen treppchen und pärchen soll ich das dann gleich so hin machen aber dann kommen wir hier weiter raus ne ich habe schon wieder die dings nicht genommen ich habe schon wieder nicht die schere genommen pack und pack ich würde gerne so mal gucken ob das funktioniert hier ja das ist ja alles noch so schön so wir machen das jetzt natürlich hier damit dicht dass das hier gar nicht großartig auffällt so ja da bin so seine schräge und ach guck mal hier das sieht ja auch noch scheiße aus wieder geschafft oder hallo komm doch mal hin so und hier war dann auch noch was so dann haben wir das hier unten so dann würde ich das gerne ach manno warum ist denn jetzt schon wieder dunkel dann machen wir nämlich das gleiche da oben mit diesen mit diesen close downs wie ich es hier habe und dann sieht das nachts nämlich herrlich aus wir schlafen ja nachts meistens aber der c das wollte es so ja und mit diesem port mit diesen schlaf beende ich den port für heute und wir sehen uns dann beim nächsten mal oben werden wir noch ein bisschen ausbauen und dann wird man da unten die brücke noch anfangen und ich weiß noch nicht ob ich dann vielleicht schon mit dem bienchen anfangen aber dazu brauche ich auch noch bienchen und ja mal gucken okay da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen man sieht sich bis denn tschüss